Wie versprochen heute mal ein richtiges Video. Ich brate mir gerade Steak. Dazu gibt es ein kleines bisschen Bolognese mit Nudeln von gestern habe ich nämlich gekocht. Wir waren gerade schon vier Stunden Steakspicken auf dem Feld. Uiuiui, es ist ganz schön warm draußen. Zum Glück kommt mittags mittlerweile immer so ein kleines Lüftchen auf. Bolognese, mh. Gleich nach dem Mittagessen müssen wir vorne und hinten den Rindenmulch im Garten verteilen. Puh, ich bin schon richtig fertig. Ich habe nämlich schon die ganzen Bäume hier mit Rindenmulch versorgt. Die Reihe und diese Reihe. Und jetzt muss ich noch da vorne den großen Baum und da hinten die Reihe beziehungsweise das sind zwei Reihen. Das ist nämlich eine kleine mit denen die ich letztens gepflanzt habe und eine mit schon etwas größeren Bäumen. Und dann ist hoffentlich Wochenende. Aber boah Leute, es ist so warm. Ich gehe richtig ein in der Hitze. da lag der Haufen, jetzt ist er weg. Boah, das ganze Ding weggeschippt, ne? Puh, ich weiß gar nicht wie viele Schubkarrens waren. War auch auf jeden Fall genug, denn ich bin jetzt richtig platt. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe auch keinen Bock heute noch Videos aufzunehmen. Ich will jetzt einfach nur noch chillen, im Wohnwagen liegen und ein bisschen Serien gucken und mich entspannen und noch ein, zwei Bier trinken. Also war es das einfach mal für heute, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. So ein bisschen hier mal zuschauen, was auf so einer Farm alles an arbeiten anfallen. Also Leute, bis morgen. Dann wieder einschalten, Bewertung dalassen. Ciao!